Heute war Trainingstag. Das kann nur eins bedeuten. Echt, Baby? Mama, mein wackelnder Schmecki-Spende kam heute mit einer Liste von Befehlen um die Ecke. Na gut, dann zeig ich immer, wie das geht. Sitz, Platz, Steh. Will ich denn eine Marionette? Erst soll ich weggehen und dann ruft sie mich wieder zu sich. Ich versteh das nicht. Das behalte ich jetzt ganz genau im Auge. Irgendwas hat die doch geplant. Und ich will ganz genau hier an deiner Seite bleiben. Bei Fuß haben wir übrigens auch gleichzeitig geübt. Ich weiß, dass wenn Mama stehen bleibt, ich sitzen soll. Ich habe immer so getan, als hätte ich es nie verstanden. Dabei wollte ich immer nur die Schmeckis. Aber man kann schon noch viel von Mama lernen. Hier haben wir übrigens Bleib und bei Fuß trainiert. Was meint ihr? Das klappt doch schon ganz gut, oder? Das Ganze kann ich auch von der linken Seite. Hier gilt dasselbe. Sobald Mama stehen bleibt, heißt es Sitz. Und weiter geht's. Aber um das Training nochmal zu steigern, haben wir Sitz, Platz und Steh nochmal aus der Ferne geübt. Ich fühle mich ja schon ein kleines bisschen wie ein Artist im Zirkus. Ja Leute, das war mein verwirkter Trainingstag heute. Das Leben meint für uns eh schon kein Zuckerschnecken. Aber solange es Schmeckis gibt, bin ich immer dabei. Also ihr Lieben, wir sehen uns dann. Tschüsseli. Tschüsseli. Bis zum nächsten Mal.